Hebargu ließ seinen Blick auf der Welt kreisen und blieb an einem ganz bestimmten Dorf hängen. Er wusste, dass dort gute Menschen wohnten. Jedes Jahr feierten sie ihn als Gottheit. Sie bereiteten ein Festmahl zu, kramten ihre Instrumente heraus und bauten ihn aus Stroh nach, um ihn am Abend zu verbrennen. Auch dieses Jahr wollte er ihnen wieder dabei zugucken. Die Menschen wuselten durch das kleine Dorf. Jeder hatte eine Aufgabe. Jeder wusste, wo sein Platz war. Afrika war Hebargu's Kontinent. Er hatte es sich ausgesucht, hier zu wachen. Es gab nicht nur freundliche Menschen, sondern auch einen Haufen interessanter Tiere, die er auch gerne mal betrachtete. Doch Menschen waren darum einiges interessanter. Es wurde Abend und merkwürdigerweise wurde weder der große Tisch in der Mitte des Dorfes noch der Strohmann aufgebaut. Keine Flammen erhellten den wolkenlosen Himmel Afrikas. Es wurde nicht einmal Musik gespielt oder getanzt. Hatten sie ihn wirklich vergessen? Ihn? Den großen Hebargu? Er hatte alles für sie geopfert und getan und jetzt schafften sie es nicht einmal an einem Tag im Jahr, ihm zu huldigen? Enttäuscht wandte Hebargu sich ab. In ihm kochte es. Aber irgendwie war er auch einfach nur enttäuscht. Er beschloss, das Dorf auf die Probe zu stellen. Sie sollten zeigen, dass es auch weiterhin gute, gottgläubige Menschen waren. Mbogo wachte auf. Er lag auf einer Strommatte in seiner Lehmhütte, in dem er mit seiner Frau und seinen vier Kindern wohnte. Als ganz normaler Bewohner dieses Dorfes hatte er, wie jeder andere, seine eigene Aufgabe. Mbogo war immer der Erste, der aufstand und im Morgengrauen das Wasser holte. Er erhob sich, zog sich ein hosenartiges Kleidungsstück an und verließ das Dorf. An den rauen Lehmboden unter seinen Füßen hatte er sich schnell gewöhnt. Noch war der Boden angenehm kühl, etwas, das sich, je weiter die Sonne in den Himmel stieg, änderte. Manchmal kam es ihm so vor, als könnte er nur wenige Augenblicke auf dem Boden stehen, ohne seine Sohlen zu verbrennen. Schuhe hatte er keine. Das Leben in dem Dorf war hart, aber sie kamen alle klar und es gab immer etwas zu tun. Dieses Jahr war die Ernte karg gewesen und ein Sturm hatte einige Dächer zerstört gehabt. Sie mussten neu gebaut werden, doch dadurch hatten die Bewohner keine Rohstoffe mehr für das gestrige Fest. Die Menschen hatten Angst gehabt, dass sie den großen Hebargo erzüren würden, wenn sie feierten, ohne sein Ebenbild abzubrennen. Daher hatten sie das Fest ins Wasser fallen lassen. Nach etwa einer Stunde kam Mbogo an dem Brunnen an. Er konnte nicht verstehen, warum das Dorf nicht einfach um den Brunnen herum gebaut wurde. Es würde schon seine Gründe haben. Mbogo ließ ein Eimer die Steinwand hinab und schöpfte das kalte Wasser hinauf. Doch als er sich umdrehte, um sich auf den Rückweg zu machen, stand ein Mann neben dem Brunnen. Mbogo erschreckte sich beim Anblick der wutverzerrten Fratze so sehr, dass er den Eimer zu Boden fallen ließ und sich das Wasser auf seine und auf die Füße des Fremden ergoss. Es tut mir leid, ich wollte nicht, wollte Mbogo sich entschuldigen. Doch er wurde von der donnernden Stimme des Unbekannten unterbrochen. Du gottloser Bastard! Die kalten Augen des Fremden musterten Mbogo. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, als er den Mann betrachtete. Auf seinem Gesicht hatte er sich mit weißer Farbe einige Zeichen aufgemalt. Er trug einen menschlichen Schädel als Helm und an dem Stab, den er mit sich führte, hingen einige weitere Knochen hinab. Sie klapperten leise, als sein leichter Windzug aufkam. Mbogo wich aus Angst ein paar Schritte zurück. Von diesem Mann ging eine unfassbar starke Aura aus, die er zuerst nicht zuordnen konnte. Wie könnt ihr es wagen, mir nicht zu huldigen? Habt ihr vergessen? Donnerte der Fremde. Es war eine Stimme, die lauter und durchdringender war als alles, was Mbogo in seinem Leben jemals gehört hatte. Die Erde bebte, als er sprach. Mbogo brauchte keinen weiteren Beweis. Er wusste, dass gerade ein Gott vor ihm stand. Tut uns leid, großer Hubago. Ein Sturm hatte einige Hütten zerstört und das Stroh… Ihr findet Häuser wichtiger als euren Schöpfer! Hubago stand seine Wut ins Gesicht geschrieben. Mbogo hatte fürchterliche Angst, seine Knie zitterten und er hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Nein, natürlich nicht, gab er mit brüchiger Stimme zurück. Warum habt ihr dann kein Stroh für mich aufbewahrt? Das ist unverzeihlich! Mein Zorn wird euch treffen und vernichten! Mbogo sank auf die Knie in den Staub und legte seinen Kopf vor den Füßen des Gottes ab. Bitte gibt es etwas, wie ich es wiedergutmachen kann? Bagu blieb für einige Zeit lang still. Mbogo wagte es nicht, sich zu bewegen, aus Angst, dass es als Respektlosigkeit gewertet werden könnte. Es gibt etwas, das du tun kannst, meinte der Gott. Mbogo verschonen! Aber ich… Wenn du versagst oder mich hintergehen solltest, bist du auf ewig verdammt! Nimm diesen Knochen, zeige ihn den Bewohnern, sollten sie dir beim Töten im Wege stehen! Bagu riss einen der Knochen von seinem Stab ab und warf sie neben Mbogo in den Dreck. Mbogo griff danach und bedankte sich. Es war vermutlich der Knochen eines Fingers. Merkwürdige Zeichen waren eingraviert. Als Mbogo sich wieder aufgerichtet hatte, war Hibagu verschwunden. Mit zitternden Beinen ging Mbogo zurück zum Dorf. Er hatte Angst vor dem, was auf ihm zukam. Doch seine Entscheidung stand fest. Er würde die zehn Bewohner töten. Für das Wohl von Hibagu und für das Wohl seines Dorfes. Er hatte glücklicherweise den Eimer erneut gefüllt und mitgenommen, sonst hätte er viel Aufsehen erregt. Das Wasser stellte er ab und ging dann in seine Hütte zurück, in der seine Frau auf die vier schlafenden Kinder aufpasste. Er nahm sich ein Messer, mit dem sonst immer das zäh Rindfleisch geschnitten wurde und rammte es, ohne nur ein Wort zu sagen, seiner Frau in den Hals. Aus ihrem Hals drangen unverständliche Laute, die in einem feuchten Gurgeln untergingen. Das Blut sprudelte aus der Wunde heraus und befleckte die Kinder, die vor ihr lagen. Der älteste Sohn wachte zuerst auf und blickte sich verwirrt um. Seine Augen weiteten sich, als er die Leiche seiner Mutter sah. Blitzschnell zogen Bogo die Klinge aus seiner Frau heraus, hielt seinem Sohn den Mund zu und stach auf ihn ein. Es war ein Blutbad, aber er musste es tun. Auch seine drei anderen Kinder erledigte er. Fünf hatte er also bereits. Also brauchte er noch fünf weitere. Die Familie zu opfern war etwas Gutes. Man würde ihn als großen Helden ansehen, als Mann, der alles für sein Dorf geopfert hatte. Er wischte das Blut auf seiner Haut mit einem Lappen ab und machte sich auf den Weg zum Viehtreiber, der seine Hütte etwas außerhalb hatte. Er tötete ihn und seine Frau ohne Probleme, doch als er wieder nach draußen trat, starrte er in die geschockten Augen des Dorfältesten. Bogo hätte ihn verschont. Schließlich war der Älteste ein wichtiger Mann im Dorf. Doch dann erinnerte er sich daran, wer das Fest abgesagt hatte. Bogo tötete auch ihn, immer daran bedacht, so schnell und schmerzlos wie möglich zu morden. Er wollte nicht mehr Leid verursachen, als er ohnehin schon tat. Als er zurück beim Dorf war, wurde er unvorsichtiger. Er schlitzte die letzten beiden recht offensichtlich in der Mitte des Dorfes auf. Einer von ihnen schrie um Hilfe und die Dorfbewohner kamen angelaufen, um zu sehen, was passiert war. Bogo hatte fast überall auf seiner Haut rote Flecken und das Messer versteckte er nicht. Er hatte seinen Auftrag erfüllt. Er hatte das Dorf gerettet. Seine Freunde und Bekannten entwaffneten und fesselten ihn. Sie wollten auf gar keinen Fall, dass er noch einmal die Gelegenheit bekam, jemanden zu töten. Erst als Bogo den verzierten Knochen herausholte und davon erzählte, wie er am Morgen Hybargo getroffen hatte, ließen sie von ihm ab. Bogo stiegen Tränen in die Augen, als er erzählte, dass er zuerst seine eigene Familie umgebracht hatte, damit so wenig Außenstehende wie möglich Schaden nahm. Er hatte alles für sein Dorf gemacht. Trotz der vielen Toten fingen die Menschen an, ihn zu feiern. Sie fanden es logisch, dass ein erzürnter Gott auf die Erde gekommen war, weil sie das Fest nicht gefeiert hatten. Es war ihnen eine Lehre, denn die meisten vom Dorf waren mit dem Leben davon gekommen und konnten die Geschichte weitererzählen. Die Menschen schlachteten ihr bestes Rind und holten ihre Instrumente heraus, um das Fest nachzuholen und die Toten zu ehren. Bogo bekam eine Kette um den Hals gelegt, die symbolisierte, dass er nun der Älteste des Dorfes war, auch wenn er gar nicht so alt war. Doch durch seine Weisheit und seine Opferbereitschaft hatte er es sich verdient. Mit einem Mal, die Festlichkeiten liefen geradezu Hochtouren auf, brach der Himmel auf. Feuerbälle stürzten auf die Erde hinab und zerstörten die Häuser. Die Bewohner stoben auseinander, einige wurden von Felsen erschlagen, andere fingen Feuer und verbrannten bei lebendigem Leibe. Bogo rannte mit vielen anderen um sein Leben. Es wirkte, als würde der Himmel in Flammen stehen. Dann heilte Hybargos donnernde Stimme durch das Untergangsszenario. Was sind Menschen nur für widerwärtige Kreaturen? Nicht, dass ihr eurem Gott nicht huldigt. Nein, ihr verschont auch noch einen zehnfachen Mörder, einen Unmenschen, der seine eigenen Kinder auf dem Gewissen hat. Wie wenig Wille kann ein Mensch haben, um meine Worte auszuführen, ohne sie zu hinterfragen? Wie wenig Willen kann ein Volk haben, das diese grausamen Taten als gerecht ansieht, nur weil der Mörder einen verzierten Knochen mit sich trägt? Als würde ich wirklich wollen, dass Menschen sterben. Ich bin ein Gott. Ich will erschaffen und erhalten. Ich will Frieden und Freude. Ich will ein kleines bisschen Anerkennung für meine Taten. Doch ihr findet euch mit dem Tod und der Wut einfach ab. Ihr seid erbärmliche Schöpfungen. Ich gebe mir die Schuld. Die Welt ist allerdings ohne euch besser dran.